Angkorps away, my boys, Angkorps away, farewell to college joys, we sail at break of day. Das sollte nicht zu lange dauern. Wie lange dauert denn das? Warum? Ja, weil ich sonst zwei Millionen Videos machen muss wieder. Das dauert so 1,5 Stunden. Ja, okay, das geht noch. Also, weißt du, eben habe ich fast 1,5 Stunden gespielt. Aber ey, ich wollte gar nicht wieder raus hier. Okay. Und ich habe so ein paar Sachen daraus gefunden, was echt nützlich ist. Ja, was muss man tun? Wegen den Waffen zum Beispiel, wenn du Sanitäter spielst, kann man Sanitäter-Ränge aufsteigen, extra-Ränge. Und die steigt man aber nur auf, wenn du auch Erste Hilfe und sowas schmeißt und wiederbelebst und sowas. Und dann steigst du auf und kriegst für deine Waffe, weil ich habe ja jetzt kein Visier drauf oder so. Und wenn ich Sanitäter-Rang aufgestiegen bin, kriege ich die Waffe noch. Aber mit einem Visier und besseren Griff und sowas alles. Und das bleibt dir dann aber auch für die anderen Missionen? Also, dann bleibt dir dann, ja, ja, das bleibt dir. Also, das macht echt schon, wenn man so ein bisschen was rauskriegt. Das dauert ewig, bis man das so alles kapiert. Aber dann ist es nicht schlecht. Ja, und wie, ähm, kannst du mir mal bitte sagen, wie ich bei der Waffe auf Automatik stelle? Geht das bei dir nicht bei der Pfeiltaste? Ja, in welche Richtung? Nach unten. Nach unten, okay. Jetzt müsste es gehen eigentlich. Nein, ich bin tot. Das ist nicht schlecht, deswegen haben wir am Anfang kein Visier halt und so, ne? Ach komm, schon mal nicht kommen. Ich respawn und bin tot, Mark. Boah, das hat die Gegend auch. Ja, und Batschestall zieht immer weiter nach rechts vorzurücken, oder? A einnehmen, dann B, dann geht es weiter in den nächsten Quadranten, oder? Okay. Ja, ich bin jetzt gerade bei A. Alter. Ich renne eine Sekunde und bin tot. Ja, hier ist richtig Rambatsamba. Nö. Ey, warum kannst du nicht mehr schießen? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt hier kaputt? Boah, ich bin wieder verliegt und konnte nichts mehr machen. Hier ist richtig Rambatsamba auf dem Trödelmarkt. Oh, sowas von, ey. Man muss richtig aufpassen. Fuck, ey. Fektor verloren. Schwachige Verbrennung. Scheiße. Ah, jetzt ist das in der Map nicht mehr aktiv, jetzt darf man da nicht mehr rein. Ja, jetzt darfst du da nicht mehr rein. Und ich mache auch diese Medaillen, ne? Das ist einfach nur so ein paar Missionen erfüllen oder so. Das ist auch nicht schlecht. Da kriegst du richtig viele Punkte. Guck, wir müssen einfach 237 Leute töten, bevor wir alle Flaggen verloren haben. Wie viele Menschen? 237. Okay. Und dann haben wir gewonnen und dann geht es aber noch weiter, ne? Dann rüsten die sich wieder neu auf und dann kommen wir auf eine andere Karte. Ja gut, das habe ich noch gesehen damals. Ja, und das halt dreimal, ne? Also müssen wir insgesamt fast, ja, fast 5.000 Leute töten. Geil. Das Action wenigstens. Nur die Karte hier finde ich nicht so cool, ey. Ja, nur in Schutzbunkern muss es denn hier eine geben. Was hocken wir jetzt? Ey, wir sind hier zu 6 oder 7 in einem Ding hier. Ach, der Idioten, ey. Wer für eine Handkannade rein? Eine Bombe. Alles ist weg. Ja, eine Bombe und alles ist weg. Voll cool. Wow. Das macht schon. Ich habe eben, du hättest dich totgelassen, ne? Die waren dann mit ihrem Schiff da, mit ihrem Luftschiff. Und ich bin mit dem Flugzeug darüber abgesprochen und habe die alle gekehlt. Geil. Und das einfach auf dem Luftschiff gelaufen und dann alle gekehlt, ne? Die sind die ganze Zeit gespawnt und immer mit meiner Schaufel einen reingehauen. Ach, du bist auf dem Luftschiff gewesen? Ja, ich bin aus dem Flugzeug raus und oben drüber ab. Geil. Und dann aufs Luftschiff drauf und dann habe ich eben das Schiff verpasst. Das ist geil. Das wollte ich auch probieren. Ich glaube, ich habe bestimmt 60 Kills oder so gemacht. Krass. Ja, aber ich bin nicht, wenn ich so doof bin. Ich habe meinen ersten Kill. Wo ist der denn? Ab geht's! Ab geht's! Ab geht's! Ey, 177 Leute doch. Das müssen wir doch schaffen. Ich kann das Gewährigen nicht auf Automatik stellen. Weil wenn die weiterkommen, kriegen die mal 50 neue. 50 neue Leute? Ja. Ach so, und wenn die keine Leute machen, haben wir gewonnen. Ja, ja, genau. Und die Leute, die werden, also wenn ich jetzt sterbe und ein Respawn mache, ist ein neuer Mann. Nee, von uns aber nicht. Guck mal oben, oben steht der 168 und bei uns nichts. Ah. Jetzt haben die noch 166 Leute. Genau. Und wenn die 0 haben, dann ist vorbei. Ja. Ich habe gerade einen wiederbelebt mit der Spritze. Genau in dem Moment, wo ich wiederbelebt, werde ich umgebracht mit einem Messer und dann kriegt der andere voll mit dem Schuh. Man kann auch mit der Spritze Leute Feinde töten. Echt cool. Ja, bei manchen Karten, ich habe eben sechs Stück hintereinander mit der Schaufel verprügelt. Da habe ich einfach mal die Spritze genommen und habe den Tod gespritzt. Geil. Boah, ich habe mich so kaputt gelacht. Ich habe jetzt schon zwei mit der Spritze gerettet, immer genau dann in dem Moment sterbe ich. Ja, aber das gibt richtig viele Zusatzpunkte. Okay. Und halt diesen Sanitäterrangaufstieg. Hm. Aber ich mache auch mal wieder meine Spritze rein. Äh. Ich habe mich schon gewundert, warum ich keinen wiederbeleben kann. Aber weil hier sterben ja so übel viele, da kann man ja die ganze Zeit irgendeinen dummen wiederbeleben. Hier ist schon der Erste. Ja, du bist ja eh die Krankenschwester vom Dienst, äh. Der Erste. Äh, die meisten Wiederbelebungen. Ach du Scheiße, wir werden überrannt, ne? Ach nö. Die Krankenschwester vom Dienst. Ey, nimm doch B ein, Idioten. Boah, überall Garschmann. Pass auf, renn da nicht rein. Oder setz Gasmaske auf, ey. Hab ich. Ich will die Flagge hier einnehmen. Welche Flagge? Ach, hier ist die Flagge. Oh, die sitzen im Bunker zu dritt. Da wirf ich gleich jetzt mal eine Handkanade rein. Alter, der ist mich gekillt. Ich hab dich gerettet. Der hat mich erstocken. Aber wenn du nicht gleich auf X gedrückt hättest, das hätte ich dich wiederbeleben können. Ich konnte nicht, wenn er mich erstellt, dann kannst du mich wiederbeleben. Ach so. Mieser Arsch. Fuck, jetzt haben die B auch noch. Ich krieg ihn zu viel. Wir haben den Sektor verloren. Mann. Jedes Mal, wenn ich einen mit der Spritze steche, sterbe ich danach. Boah, ey. Cool. Dann komme ich mit meinem Stachel, Alter. Oh, jetzt haben die wieder 139 Stück, ey. Ey, 142, oh Mann, nö. Wo haben sie die jetzt neu her? Ja, das ist, wenn die... Wenn wir sterben. Wenn wir sterben. Oder wie, ne? Oder wie? Wenn wir einen Verlust erleiden, dann kriegen die den dazu. Nee, oder? Wenn wir, wenn die das schaffen, wenn die einen Sektor einnehmen, erleiden wir, also kriegen die von uns, weiß ich nicht, irgendwie kriegen die dann auf jeden Fall zusätzliche Leute. Und das heißt, wir müssen die ordentlich mal verteidigen. Oder ihr sterbt alle und ich belebe alle wieder. Aber das ist gut, wenn man alle wiederbeleben kann, ist ja nicht schlecht. Ja. Oh, es stirbt. Hässlicher Arsch. Ich habe ein Pferd getötet. 100 Punkte minus, ist klar. Wenn du ein Pferd tötest? Warum kriege ich denn... Ja, 100 Minuspunkte gekriegt. Aber warum? Da saß doch einer drauf, da kann ich zu nichts führen. Ja, aber Pferd ist ja... Das ist ja... Tiergeschützt, ist ja geschützt, was? Ja, weil der saß ja da drauf. Ich habe nur auf ihn gezielt. Ja, aber der hat zwar anscheinend daneben geschossen und hat das Jack getroffen. Nein! Oh Mann, er hat ja klar. Ich denke auch oft, dass ich treffe und derweil, wenn ich mir die Videos dann auch nochmal anschaue, denke ich mir halt, bist du gestoppen oder was? Ey, die kommen alle zu A, alle, 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 da kommen richtig viele zu A. Ja, super, ich bin jetzt gerade bei A, wie ist von der? Ich bin auch bei A, aber ich gebe mal ein Befehl raus. Welchen Befehl? Ich nochmal... Warte. Rückzug... Rückzug... Danke. Warum sagst du ja Danke? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nee. Gefehl anfordern? Ja, dann was soll ich machen? Wie macht man Geschehle? R1 runter und dann auf A drücken, damit alle anderen hier auch mal hinkommen. Anfordern... Da kannst du dich auch bedanken. Scheiß auf bedanken, Alter. Mir naaach! Oh, ich bin voll abgeknippelt. Ey, mir nach habe ich geschrieben. Kommt alle mir her, zu mir. Zu dir kommt eh keiner. Geil. Nicht tot, Mann. Oh, das ist alles zu A. Bei dir steht immer noch ein Befehl anfordern. Was bedeutet das Befehl anfordern? Ja. Habe ich gesagt, kommst zu mir. Ey, jetzt müsst ihr aber mal B verteidigen. 88 Leute noch raus. Ich habe auch Granate geschmissen. Ey, aber wie cool. Ich sage, kommt mir nach und fünf Leute noch hinter mir her. Pass auf, da kommt ein Pferd. Bin noch gerade ausgewichen. Ey, du Arsch, den wollte ich wieder beleben. Ich wollte den... ...wiederbeleben. Belebt mich mal jetzt wieder. Wo bist du? Hallo? Ja, ich gehe im Haus. In welchem Haus? Ich liege da. Wo? Danke. Ach, da drüben. Ach, nee, das bist gar nicht du. Das ist jemand anders. Mann, jetzt bin ich wieder tot.